You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Und pickt euch das heraus, was ihr an Informationen halt ganz einfach benötigt. Weil die Convenient Belts sind nämlich doch gerade jetzt in der neuesten Industrial Foregoing Version doch sehr, sehr nutzvoll geworden. Und wir können uns da auf jeden Fall so ein paar Sachen anschauen, wie man damit anstellen kann. Wir fangen erstmal an, was machen die Convenient Belts, also beziehungsweise wie werden sie überhaupt gecraftet. Und zwar, wir haben dreimal Plastik, also sechsmal Plastik insgesamt, zwei Iron Ingots und einen Redstone, also relativ einfach. Wir haben noch die Möglichkeit, die Convenient Belts entsprechend zu färben. Das bedeutet, mit einem Färbemittel und den entsprechenden Convenient Belts, nämlich acht Stück drumherum, erhalten wir unser gefärbtes Ding. So, dann ist das eine wichtige Sache, wie man die Convenient Belts aufbaut. Das bedeutet, wenn wir das so setzen, ihr seht alles da, wo es lang geht, also hier an der Stelle nach links, geht alles durch. Und das heißt, wenn ich mich jetzt hier drauf stelle, ihr seht, ich bewege mich auf jeden Fall. Das heißt, es ist wie ein Laufband, wenn man das halt so möchte. So, und da haben sich natürlich die Entwickler des Mods halt natürlich überlegt, okay, gut, wir haben ein Laufband. Und dann können wir natürlich mit dem Laufband auch so ein paar Sachen anstellen. Das bedeutet, gucken mal, das heißt, wir haben jetzt hier einmal entsprechend unser Laufband. Wir bauen unser Laufband einfach mal auf. So, das bedeutet, wir haben jetzt eine Laufbandverbindung. Und ich erstelle mich mal drauf, so, zack. Okay, wunderbar. So, das bedeutet, wir gucken uns in dieser Folge an, wie wir ein Inventar aufgebaut bekommen. Wir gucken uns in der zweiten Folge, gucken wir uns an, wie wir die Upgrades dann halt ganz einfach noch funktionieren. Also, besondere Upgrades, die ich dann da nochmal vorstelle. Und in der dritten Folge gibt es dann noch die Mob-Farm, wie das halt damit funktioniert. Und zwar haben wir jetzt einmal unsere Chest. So, das bedeutet, da geben wir jetzt einfach mal unsere Rohstoffe hinein. Das heißt, wir haben einmal 64 Iron, 64 Diamanten und 64 Emerald. Dann haben wir noch verschiedene Upgrades. Wir haben einmal ein Insertion und wir haben einmal ein Extraction Convenient Upgrade. Und das Extraction muss einmal auf das Convenient Build draufgesetzt werden. Und damit gehen die Items los. Aber da passiert erstmal noch gar nichts, weil wir da jetzt an der Stelle erstmal noch das Insertion brauchen. Ah, ne, das war das Falsche. Okay. So, das bedeutet, wir müssen einmal, zack, und geben einmal hier das Insertion dazu. Und ihr seht, jetzt funktioniert das Ganze. Das bedeutet, wir haben es jetzt geschafft, dass wir eine Verbindung von Kiste 1 für Kiste 2 geschafft haben. Natürlich mit entsprechenden, ähm, mit zwei Einbußen, sagen wir es mal so. Also, A, verursacht das Ganze, ähm, was ihr hier seht, Traffic. Das heißt, Items werden erzeugt oder Items werden in der Welt erzeugt. Das heißt, ich kann mit diesen Items hier auch interagieren. So, ich zeige, ich kann sie auch aufnehmen und so weiter. Ähm, das bedeutet, das verursacht definitiv Traffic, muss man einfach so sagen. Ähm, so für eine kurze Strecke, denke ich, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Also, auf einem Server ist das eher wahrscheinlich dann ungeeignet, äh, so zu machen. Und so damit die ganze Zeit halt auch entsprechend zu spielen, weil das sehr ressourcenkassend ist. Nachteil Nummer 2, ich gebe hier nochmal meinen Iron in die Kiste. Und ihr seht, was passiert da. Ich nehme mal was auf und ihr seht, ich habe vier Iron jetzt aufgenommen. Das heißt, die Geschwindigkeit, wie Items transportiert werden, ist von der Sache her eigentlich auch relativ gering. Sagen wir es mal so. Items hin und her zu transportieren, funktioniert auf jeden Fall. Allerdings mit diesen Einschränkungen. Also A, mehr Lacks und B, halt natürlich eine geringe Geschwindigkeit. Ich denke allerdings so für Schönheitsgeschichten, dass man halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, so eine Art Laufband hat, wo dann halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie beim Sushi-Restaurant. Wenn da, weiß ich nicht, wenn sich das da so dreht und man sich da was nehmen kann und so weiter. Ich glaube, so in die Richtung sieht das dann auch entsprechend ganz cool aus. Und kann ich dann am Ende natürlich nur empfehlen, so entsprechend halt ganz einfach zu bauen. Ja, das war es auf jeden Fall erstmal von der Convenio Belt im Inventarbereich. Wir gucken uns auf jeden Fall noch die weiteren Upgrades, da gibt es nämlich noch ein paar mehr, in der nächsten Episode an. Und dann gucken wir uns auch mal an, wie wir die Convenio Belts im Zuge einer Mobform machen können. Das war es an der Stelle von diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.